Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Allgäu. Hier der Steineberg, da der Stuypen, Rindalphorn Hochgrat. Hier das Rangeswangerhorn und der Weierkopf und der Wannenkopf. Darunter dann die Hörnerdörfer. Hier Bessler und Hoher Ifen. Dann hier ein Blick zum Sonthofener Hörnbe, Nebelhorn, Schnippenkopf und Entschenkopf, Rubihorn, hier die Hochfrottspitze, Bockhauerkopf, hohes Licht, Linkerskopf, Biberkopf, Schafalpenköpfe, Fellhorn, Zwölferkopf und Elferkopf, hier ganz markanter Wetterstein, die Braunalspitze, Walmendingerhorn und dann hier Fischen und Altstädten in dem Bereich. Und dann hier ein Blick.